So und herzlich willkommen zu Planet Sight 2. Ich mach mal die Musik an und hier vielleicht den Tonweiser. Hallo? Warum hab ich keine Steuerung mehr? Äh? Ah, wenn ich Steuerung blöcke. Haha. Na dann auf ins Gefecht. Eigentlich nehm ich das nur auf, damit ich nicht komplett contentlos bin. In Folge 5 und Folge 4 von Skyblock sind wir leider etwas abhanden gekommen. Und... Und, 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 und. Dementsprechend... Oh, ich hab noch was. Ja, du hast ihn mal abgeschmiert. Ähm. ähm längst werden die folgen dann aus dark senses sicht kommen das ist einer von uns der dandy ist hier gut man sieht ich bin hier so halb verloren geht doch mal an der geschossen okay leute alle mann hinten drücke ok die minen sind scheinbar ziemlich effektiv ja gut wo müssen wir hin ich will jedes mal hier sollten wir vielleicht mal verteidigen hier los lauf jonge lauf mechonica gut gut so ja 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 ich habe einen treffer gemacht also ich muss dir einmal ganz ehrlich sagen das ding hier ist scheisse positioniert und ab nach oben tut mir nix tüdelei wohin ist das denn das ging zügig yo das muchacho Geht da ja Warte mal nach B Okay und jetzt zu dritt oder was? Die E wird erhobert Okay alle Mann zu A Und wenn man zu A Gut Ich glaube die Mechaniker bin ich eher gut Um Verteidigung zu erobern Und dann kann ich ein Maschinengewehr sitzen Mit Stativis Was ist das? Ich seh schon wieder, oh Gott, ich sollte mit den Stativgewehren aufhören. Proben ist nicht gut für Infantri. Komm, wir nehmen uns mal B4. B4, C4. B4, C4. Schild Und finalen los. Verdammt, gegenseitig gekillt! Verdammt ey... Verdammt, verdammt, verdammt.... Jetzt werden Snipergewehrgerl Gibt's hier irgendwo einen Stand zum Umschieben? Komm, dann gibt's noch einen bestimmten Stand zum Wechseln Da So, der Scharfschütze war der Spion Was wüssten So, wir suchen alles was sich bewegt Scheiße, wir wissen wo ich bin Habe ich irgendeine Waffe gegen die? Nein! Selbstmord Ok Da bin ich durchs Loch gefangen Ich find das egal, wenn der ein Schauschüsse wäre und Maschinengewehr mix hätte Da sind nicht leer, wenn er ein Schraubbolzen angeht ist Auf geht's, wo ich mich bewegt Na, wenn ich an der Schraubf brasileern sehe, in der Schraubf voran bin Nicht nur die Schraubf Ich habe ihn verações, in der Schraubf Die Schraubf Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wechseln. Oh, es gibt noch andere. Äh, wie macht die denn bitte schaden? Hier ist die hauptlich. So. Äh, hallo, ich will wieder in die Standardansicht. Danke. Sekundärwaffe. Ja. Montaner Pistole. Das wäre alles mit Maschinen. Sieht zumindest aus wie eine Maschinenpistole. Was kann hier denn für uns jetzt der Schalldämpfer? So. Optik bin ich keine. Schiene, dunkle Licht, ne. Ne. Ne, ne. 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 Ne kann ich wissen direkt über Raketenpistole vor. Da kann ich wissen es Score Wettere Raketenhäupfer. Und ... Nur keine Ahnung. Kann das Ding besitzt so langweilig. Ich hab da so viel ausgerüstet. So, wir haben hier ein Fahrzeug. Ah, da hinten, jo. Musik macht das wesentlich besser. Warte, was. Ich muss mir das Fahrzeug auch da hinten. Ich steh nur auf dem Windrand vorbei gelaufen. Kann man hier irgendwie die Ansicht wechseln? Das wäre irgendwie ein bisschen... ...lieber. So. So, hier lang. So, hier? So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. Wie war denn nochmal die Tasse? wie fährt man das Ding aus? wie Und hier ist Kammerlein, ne? Ja, man konnte doch hier... Das wird wieder so gut wie Neufall. Ich will nicht schaffen. Ich will nicht. 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 Ich will nicht.